Ich möchte euch heute etwas aus meinem Arbeitsalltag von der Volksbank erzählen. Seit 2019 mache ich hier das duale Studium Banking & Finance. In drei Jahren verläuft man Praxis- und Theorieblöcke. In der Berufsakademie haben wir klassengroße Größen und kommen deshalb gut in den Austausch mit unseren Dozenten. Wir haben Module wie Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre, aber auch Sachen wie Persönlichkeit, Selbstmanagement und Selbstkompetenz. Das Gelernte können wir dann immer direkt in der Bank anwenden und vertiefen. Dort durchlaufen wir verschiedene Abteilungen wie den Personalbereich, Privatkunden und Firmenkundengeschäfte. Zusammen mit den anderen Auszubildenden haben wir dann noch die Möglichkeit in Seminaren unser Gelerntes anzuwenden. Nach nur drei Jahren hat man dann den Abschluss zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann sowie den Bachelor of Arts in der Tasche. Hast du Interesse, dann bewirb dich gerne auf unserer Homepage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017